Wir müssen in dieser Aufgabe die Punkte aus der Aufgabe 7c zu Geraden verbinden und Geradengleichungen suchen. Zuerst die Punkte vom Zweiradprofi. Wir suchen einfach eine Gerade, die durch diese Punkte geht. Jetzt zu der Geradengleichung. Diese hat immer die Grundform y gleich m mal x plus q. Das m und das q müssen wir herausfinden. Zuerst zum q. Beim q sagt man auch y-Achsenabschnitt. Und um das herauszufinden, müssen wir einfach schauen, wo die Gerade die y-Achse schneidet. Das ist bei 6 Franken der Fall und darum ist das q 6. Jetzt zum m. Dem sagt man auch die Steigung. Wir gehen vom Schnittpunkt mit der y-Achse 1 nach rechts. Und dann so viel hoch, bis man wieder bei der Gerade ist. In unserem Fall von 6 Franken nach 8 Franken. Also 2 hoch. Und weil wir 2 hoch sind, ist m 2. Das Mal kann man noch weglassen und die Gleichung ist gefunden. Das Gleiche bei Karls-Bike-Paradies. Punkte verbinden. Die Grundform von der Geradengleichung herrschreiben. Schnittpunkte mit der y-Achse bestimmen. Das gibt's q. Von dort aus 1 nach rechts. Und so viel hoch, bis man wieder bei der Gerade ist. Wir gehen 1 hoch und darum ist m 1. Weil 1 mal x das Gleiche ist wie x, kann man das weglassen. Fertig. Weitere Aufgaben findet ihr auf brucke.ch Und so viel hoch, bis man wieder bei der Geradengleichung herrschreiben.